Die U-Karte ist eine Regelkarte zur Überwachung für die Anzahl an Fehlern je Teilgruppe. In dieser Lektion berechnen wir die Eingriffsgrenzen, erstellen und interpretieren die Regelkarte. Und damit herzlich willkommen zu dieser Lektion, die im Wesentlichen zwei Lernziele hat. Am Ende sollten Sie in der Lage sein, die Eingriffsgrenzen für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 99,73% zu berechnen. Und Sie sollten in der Lage sein, dieses Wissen in eine Regelkarte umzusetzen und diese interpretieren zu können. Dazu ist diese Lektion in zwei Kapitel aufgeteilt. Im ersten Kapitel werden wir die Eingriffsgrenzen für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 99,73% berechnen. Und im zweiten diese Grenzen in die Regelkarte eintragen und besprechen, wie diese zu interpretieren sind. Dieses Bild zeigt den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Merkmalen und den zur Anwendung kommenden Regelkarten. Auf der linken Seite sind die verschiedenen Merkmale dargestellt und auf der rechten die verschiedenen Regelkarten. Die links dargestellten quantitativen Merkmale können in zwei verschiedene Kategorien untergliedert werden. Erstens die variablen Merkmale. Das sind alle Merkmale, die gemessen werden können. Sie haben immer einen Wert und eine Einheit. Beispiele hierfür wären die Länge, Härte, das Gewicht, die Oberflächenreihigkeit oder die Zugfestigkeit eines Bauteils. Als zweites gibt es die attributiven Merkmale. Das sind alle Merkmale, die man nur zählen kann. Auf der rechten Seite haben wir mit gelben und weißem Hintergrund die verschiedenen Regelkarten für attributive Merkmale. Wie man sieht, gibt es sechs Regelkarten für attributive Merkmale. Hier geht es, wie schon gesagt, um die U-Karte für die Anzahl an Fehlern einer Teilgruppe. Los geht's mit der Berechnung der Eingriffsgrenzen für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 99,73%. Eine Einheit kann ein Teil oder ein ganzes Endprodukt sein oder alle Teile, zum Beispiel fünf, einer Stichprobe. Der Stichprobenumfang kann variabel sein. Als Beispiel für eine Einheit soll uns hier die Stichprobe eines Druckusteils dienen. Wir unterstellen mal, dass dieses ausreichend komplex ist, um zahlreiche verschiedene Fehlerbilder aufweisen zu können. Beispielhaft sind hier zwei Fehler abgebildet. Fehler C1 zeigt ein Lunke an der Oberfläche. Fehler C2 zeigt einen nicht vollständig ausgespritzten Zahn. Weitere Fehler könnten zum Beispiel Grad oder andere Einschlüsse sein. In der rechten Tabelle finden sich einige Angaben aus der Prüfplanung und die Prüfergebnisse. Jeden Tag wurde eine Stichprobe von fünf Stück entnommen. Dies wurde insgesamt während einer Dauer von 20 Tagen fortgeführt. Die Teile wurden geprüft und es wurden insgesamt die folgenden Fehler gefunden. Fehlerbild C1 wurde insgesamt 127 Mal gefunden. Der Fehler C2 125 Mal. Die Fehler C3 und C4 insgesamt 120 beziehungsweise 121 Mal. Somit wurden insgesamt 493 Fehler gefunden. Ja, mir ist auch klar, dass das sehr viele Fehler sind. Aber das sehen wir mal drüber weg. Diese Daten bilden also die Grundlage für die weiteren Berechnungen. Für die Berechnung der Eingriffsgrenzen wird unter anderem die durchschnittliche Fehlermenge je Teil U quer benötigt. Diese ergibt sich aus dem Quotienten von der Summe aller gefundenen Fehler und der Summe aller geprüften Teile. Hier nochmal der Hinweis, dass der Stichprobenumfang je Stichprobe unterschiedlich sein kann. Der Einfachheit halber bleibt der Stichprobenumfang in diesem Beispiel aber konstant. Die 3 vor dem Wurzelzeichen ist das Quantil der Standard-Normalverteilung für die Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 99,73%. Aus den Daten der Prüfungen errechnet sich eine durchschnittliche Fehlermenge für C quer von 4,93. Mit den Werten für U quer und dem durchschnittlichen Stichprobenumfang N quer errechnen sich mit den Formeln für die Eingriffsgrenzen folgende Werte. Die obere Eingriffsgrenze liegt bei 7,9, gerundet 8 und die untere Eingriffsgrenze liegt bei 1,95, gerundet 2. Kommen wir nun zur Erstellung und Interpretation der U-Karte. In der Regelkarte auf der rechten Seite werden auf der Y-Achse die Anzahl der Fehler einer Stichprobe abgetragen. Die Skalierung der X-Achse ist für die Stichprobennummer. In unserem Beispiel sind dies Tage, da ja täglich eine Stichprobe entnommen wurde. Als Mittellinie ist U quer bei 4,93 eingezeichnet und die obere Eingriffsgrenze OEG bei 8. Die untere Eingriffsgrenze liegt bei 2. Die Werte im Graphen sind die Anzahl der Fehler, die unserem Beispiel zugrunde liegen. Die hier verwendete Formel für die Eingriffsgrenzen ist so ausgelegt, dass die Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit in dem Prozess 99,73% beträgt. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,73% ist zu erwarten, dass alle Werte zwischen den Eingriffsgrenzen liegen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eingriffsgrenze überschritten wird, ist kleiner als 0,27%. Liefert ein solch seltenes Ereignis ein Signal, so ist dies ein Hinweis darauf, dass der Prozess möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle ist. Es muss dann die Ursache für dieses Ereignis ermittelt und der Prozess gegebenenfalls nachjustiert werden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wozu es eine untere Eingriffsgrenze braucht. Denn 0 Fehler wären ja optimal und sind auch anzustreben. Nun, ganz einfach. Hat ein Prozess es geschafft, weniger Fehler zu produzieren, als es zu erwarten war, so sollte die Ursache für diese Verbesserung herausgefunden werden, um diesen Zustand beizubehalten und gegebenenfalls auf andere Prozesse zu übertragen. So, das waren jetzt sicher eine ganze Menge an neuen Informationen. Deshalb möchte ich zum Schluss die drei wichtigsten Kernaussagen noch einmal zusammengefasst wiederholen. Die Grenzen für die Anzahl der Fehler in einer Stichprobe werden bei der U-Karte mit der Normalverteilung errechnet. Die Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit in dem Prozess beträgt 99,73%. Werte über oder unter den Eingriffsgrenzen sind ein Hinweis auf einen gestörten Prozess, welcher dann gegebenenfalls nachjustiert werden muss. Wenn Sie diese Lektion hilfreich fanden, dann lassen Sie es mich bitte wissen und hinterlassen einen Kommentar. Vielen Dank dafür, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.